Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren, wir melden uns zurück in einer Folge Eisenbahner aus dem Kerker Ich habe übrigens ein neues Sympuls gewählt, weiß gar nicht wer ich das bekommen habe Einfach gedroppt irgendwo, ich habe Eisenbahner was Super toll Uiiii Jaa tot, alle tot Ich spiele mit JDX Logix Voll mega gut, alle Nein, doch stehen Ah, war das gut Schon richtig gut Nichts guter Lightning Richtig fein gemacht Da wars Jaa Geh weg Ach komm, jetzt sind wir alle tot oder was? Da waren eben noch 4 von meinen Teammitgliedern Warum hält sich alle weg? Also 3 4 geht nicht 4 bin ich Das ist schon witzig Schmeckt dahin, da schon in die Action zu gehen Immer darauf in die Action ist der Lightning Verlieren wir? Nein, ist unentschieden 4 gegen 4 kann natürlich auch ewig dauern Schieb mich doch nicht Ah, das kann nichts machen Geh ich ja nicht mal Loll Loll Hedger Loll tot Mega gute Lightning Macht ja alles blass Nicht mal im Ansatz Nicht mal im Ansatz Aber egal Was ist da denn schon wieder los? Wieso steppt der immer alle? Loll Ist das ein Pulsgewer gut? Mist Wie geht das? Zumal ich auch noch früher geschossen hab Schon eh mal der größte Witz Größte Witz aller Zeiten Oh, ich krieg doppelt Spezi 130 Schuss der Lightning Zu gut Ne, da sind schon wieder zu viele Gar keinen Bock drauf Oh, was seid ihr denn alle? Loll Warum schießt ihr denn nicht mehr? Nein, jetzt schießt der mir von hinten in den Arsch mit Mit der Pistole von da hinten macht das so viel Damage Die will ich auch haben Dass ich nicht mal mehr wegkomme Die will ich auch haben Was ist denn das für ein Mega-Cheat? So was will ich auch Das ist so geil, dass wir dann halt nicht töten, ganz wegen dem Lichtlevel Scheiß, Schuldangriff Ist Gott's Ahnen Das ist so ein Dreck Kommt doch stehen Das ist so geil Ich kann nicht mal eine Chaos-Source machen Er geht nicht halt in der Chaos-Source, weil ich so niedrig bin Weil ich so niedrig bin Das ist echt geil Richtig viel Sinn Das macht richtig viel Sinn Und Schuss Und Schuss Was ist denn ein Bogen? Nein 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 Nicht Nein Geh weg Ich will mich töten Ich will mich töten Ich will mich töten Mega PG Wo stehen die Schwere? Ach du mein Lüge Zu weit weg Stirb halt Einer Nein 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 Mein Name ist Jeff Oh Jetzt haben die alle Dinger aufgehoben Oder? Schon tot Sehr gut Sehr gut Stirb halt Ja, danke Geht auch Das ist doch Wahnsinn Wie kill der mich denn immer so schnell mit dem letzten Wort Hat Kann man das dann erklären? Das ist doch nicht scheiße Ist doch kacke hier alles Alles unfaire kacke Auf allen Dingen hier völlig runterlevelt Hm, stehen beide da oben witzig Check gar nichts Alles schon mit Blitzkernatlein Kommen sie drunter Ja, da kann ich auch nix machen gegen zwei Hab ich keine Chance mit der Pistole, ey Ich verstehs nicht Zwölf Schuss eigentlich und 50 pro Dings Eigentlich musste ich locker drei Leute kennenlernen Das geht aber halt nix Es funktioniert einfach nix Nein Nein, nein, nein Wo ist ja alle? Ja, spring doch in meine... Ja, da ist noch einer Hohohoho Wo kommt er denn her? Dein Ernst? Wenn ich auch mal mein Team unterstützen würde Das wäre halt schon ein bisschen geil So wie bei denen Dass immer drei Leute von allen Seiten kommen Drei Leute immer zum Lightning Und was trifft er mich denn so schnell mit Verzug Mach doch Nahkampf Was krieg ich denn für Schaden bitte? What the fuck? Ich würd's ja mal verstehen können Das wäre schön Sehr schön Nein! Was? Was? LOL Nein! Jetzt hab ich... Nein! Hätte ich die Chaos-Force einfach machen sollen Oh, zwei Leute Oh Gott Das ist so schön gewesen Ja, ihr macht Sphären, sehr gut Sehr, sehr gut Ich brauch Muni Nein! Rette dich mit der Chaos-Force Neiin! Baaahhhhhhhhhh Wie viel... Super ich hier schon gefangen hab Was ist da los? Alter, what the heck? Was macht denn immer so viel Schaden bei mir? Ist das schon nicht meine? Loll? Loll? Hä? Hör mich doch im Arsch Ja, genau so geht's Und nochmal, nice one, der Lightning Nein, Blitzgranate, ich hab's nur noch gesehen Alter Die Blitzgranate Die Blitzgranate kann dem Lightning gar nichts machen eigentlich Ich bin immun gegen Blitzgranaten Sag dir mein Name schon, was soll denn das? Bungee, please fixen Alles Cheats hier Alter Ich hab jetzt mal einen Alter Das Schimpulsgebild dreckig gut Töte sie Alter, ich treff halt nichts Ja, ist schon klar, dass Cheats hinter mir kommt Ich wusste es Ach, Rauch und so viel Action und keiner hilft dir Mich meiner von hinten decken, bitte Kann ich immer gegen zwei Richtungen gegen vier Leute kämpfen? Geht denn sowas? Jawoll! Sphären Jawoll! Mach mehr Sphären Oh, da kommt einer Da ist noch Zweck Sauber Sehr gut Warte, ich helf dir Das ist noch eine Sphäre Sehr gut Warte, ich helf dir Das ist noch eine Sphäre Was? Was? Wir haben verloren? Ach komm Nicht dein Ernst Da war ich so So nicht so schlecht Mal Und dann trotzdem auf den Sack gekriegt Ach, ich hab da noch eine Chaos-Fahrung Ach, lass mich doch gewinnen Mh, nein Ich muss es nicht sein Was ist da los? Killcredit 12 Ah! Ah! Ich hab die Sniper bekommen Ah! Wieso spiel ich dann überhaupt noch? Ich hab ja alles Das war komplett sinnlos Komplett sinnlos! Ja, nice one 7, 12 Was? 12 Kills nur oder was? Das kam mir vor wie 48 Kills 1,6er KD Ach! Alles Cheats Tschüss!